einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft mage wir sind immer noch im verlies drin ich habe das verlies unten quasi schon auseinander genommen habe schon über nachgeguckt weil das wollte ich jetzt nicht auch noch eine aufnahme machen und es war wirklich bis ganz unten runter nicht eine kiste in diesem gang versteckt nicht eine kiste das ist ein bisschen merkwürdig oder ich habe jetzt ein bisschen ton angemacht weil ich bin hier gestockt denn ich habe gesehen dass der drachen aufgewacht ist ich habe eigentlich nur geschaut und habe nichts weiter gemacht und habe auch festgestellt dass der an dieser wand wieder festgebackt ist das war schon mal bei irgendwem gewesen ich habe keine ahnung und der hat auch schaden bekommen deswegen habe ich es aber mal angefangen hier aufzunehmen was ein bisschen kurios ist weil ich weiß nicht warum aber er kriegt schaden kann man das mal einer verraten na der sieht doch voll süß aus oder hallo das heißt warte mal ich mach mach ich mache mal ganz kurz weg so da vielleicht auch ein schönes bild von dir kriegen auch hier mopsi kein schönes bild jetzt aber hei aber es hat dunkel ne gibt es von dir auch was schönes ich habe halt so ein bisschen bammel weil ich nicht weiß kriege ich denn diesen drachen tot oder nicht oder backt der einfach nur fest ich glaube der backt fest der sitzt ja in der wand fest ohne witz spalt der feuer klar wir reden vom drachen immer noch hey mach mir keine angst du bist auf mich jetzt fixiert ich weiß du magst mich aber warum das ist echt die frage ne warum warum hängst du in der wand fest das frage ich mich jetzt ernsthaft wieso hängst du in der wand fest weil ich kann mich ja jetzt quasi hier frei bewegen und der typ da tut mir nichts kann man so ein drachen auch zähmen ich habe keine ist jetzt echt die frage kann man kann man so ein typen auch zähmen oder ist das eher schlecht manuskript brauche ich da vielleicht irgendwann mal ich habe von diesen oh ich habe von diesen dingen echt keine ahnung was ich jetzt von diesem drachen zeug da alles gebrauchen könnte ich habe auch keine ahnung ob und wie ich den töten kann und hier ich weiß natürlich ist auch nicht nicht dass auf einmal hinter mir steht ja ist ja gut ich weiß ich habe dich aufgeweckt als ich die erste kiste geöffnet habe das weiß ich er fliegt er fliegt und er kommt nicht weg lol nicht dass ich dich da jetzt irgendwie aus der weintraus springe oder so hi du bist wirklich in der wand fest ne muss man ja mal so festhalten du bist in der wand fest das müssen wir mal so festhalten er fliegt nämlich jetzt hier guck dir das an nicht dass er sich wirklich mal befreit dann bin ich wahrscheinlich am arsch aber warum stirbt er jetzt nicht vorhin ohne witz vorhin hat er einfach schaden bekommen ich würde hätte gerne noch ein paar fackeln gibt es hier keine fackeln oh nö jetzt habe ich einen drachen gefunden der in der wand festgebackt ist klasse ihr kriegt dich so auch nicht tot ne ja schön gärt dann klaue ich ihm deine kisten ganz einfach du Arschloch also gleich befreit er sich und dann macht er mich tot so ich nehme die einfach mal mit ich weiß nicht ob ich die jemals mal gebrauchen kann werde der dreht sich und wendet sich ich habe echt keine ahnung hallo haustier der ist ja echt fest drin ne der ist wirklich so der ist ja wirklich festgebackt auch scheiße ich bin genau neben den drachen quasi unter dem drachen ich kann ihm nichts tun er kann mir nichts tun tot das wäre es jetzt ohne witz oh nö scheibenkleister was das ist schon ärgerlich jetzt ohne witz das ist echt schon ärgerlich da hast du so ein ding mal gefunden wo du denkst okay den kannst du abgreifen ja toll dann geht das nicht hallo spiel willkommen schön dass du mitspielst pile of gold ah lol guck mal kannst du richtig gold abgreifen wenn du so ein goldnot wärst oder so muss ich ja mal so sagen ja was mache ich jetzt befreie ich den dann riskiere ich aber dass ich draufgehe bin ich ja ganz ehrlich ich würde den ja schon gerne ankuscheln da bin ich ja ganz ehrlich meine achs ist gleich kaputt nur dafür bräuchte ich habe ich kein toolbag nee ne toolbag habe ich hier nicht oder foot das habe ich nicht schade auch sind das zwei verschiedene oh ja tatsächlich ja das ist echt doof wie mache ich denn das jetzt leute wie mache ich denn das jetzt ich muss den wirklich erst noch befreien das wäre natürlich echt assi so sagen wir natürlich kein doch sticks habe ich noch aber ich habe keine workbench oh nein hallo drachen hast du eine workbench für mich zufälligerweise ich habe zufälligerweise holz mit ja aber scheiße ich brauche holz lieber drachen hast du holz für mich weil daraus kriege ich keine workbench wie doof so er fliegt es hört sich ja auch geil an muss ich ja echt sagen dahinten ist eine spider er kriegt schaden irgendwer oder irgendwas kriegt schaden es tut mir echt leid alter es tut mir wirklich leid aber ich kann hier nichts für dich tun ich kann hier echt nichts für dich tun so gerne ich auch wollte ähm ich muss wiederkommen es sei denn wir finden hier noch irgendwo holz da muss ich echt wiederkommen och leute das kann doch nicht wahr sein jetzt habe ich eigentlich mal so ein ding gefunden und dann scheitert es daran dass wir einfach kein holz haben oh nö das darf nicht das darf nicht wirklich sein es tut mir leid ich hätte gerne diesen drachen erlegt hätte ich jetzt wirklich gerne aber geht nicht geht nicht weil baum ist so ne baum fehlt ja da unten hörst du ihn schreien er tut mir so leid irgendwie tut er mir voll leid das ist wirklich so och nö weißt du jetzt musst du hier wirklich so stundenlang rumrennen wo geht's denn hoch hallo da ähm musst du stundenlang rumrennen dass du wieder hochkommst ne ohne witz ey man ich weiß nicht was aus dem drachen kriegt man auch bestimmt richtig geilen loot oder da muss man auch richtig loot rauskriegen aber so richtig loot nicht so ein lutsche ding wie jetzt hier mit eisen und gold und so weit alles das wäre jetzt ein bisschen doof aber aus dem drachen da musst du doch bestimmt was richtig cooles rauskriegen so irgendwo weiß ich haben wir die möglichkeit diesen baum zu ziehen ist nacht sunset nö ja du hast ein darmbad ach wer bist du denn du bist bestimmt nicht freundlich das habe ich so im urin du bist alles aber nicht freundlich so hallo axt ja wir holen uns jetzt einen baum komm so baum ist da und wir haben ganz locker easy mal so ein bisschen holz so aber die frage ist gehen wir jetzt nochmal runter das mache ich später das mache ich später und versuche dann irgendwo den drachen freizukriegen wir gehen nach hause jetzt komm der drachen will nicht mit uns spielen der hat sich da hinten verkrümelt das heißt wir gehen nach hause komm scheiß drauf rot wir gehen nach rot und gehen einfach mal nach hause schokobo ist nach oben dein glück alter dein glück ey wehe wenn ich wehe ich habe auch eine schnelle maus die maus ist richtig krass so pass auf wir brauchen schade ich dachte ich hätte noch einen name tag hier irgendwo ich meine echt ich habe noch einen name tag so pass auf jetzt ist die frage wir füttern den höchstwahrscheinlich mit dem ganzen gedöns bin ich blind da ich wollte gerade sagen das aber wir haben kein wir haben garantiert kein ähm aqua dingsbums aber pass auf wir können damit nicht dass du abhaust schokobo und jetzt wir fliegen hört das irgendwann auf muss ich jetzt echt mal so sagen hört das irgendwann auf mit dem fliegen ähm wo bist du denn gizal da er aber du du futterst nicht warum nicht warum futterst du nicht das verstehe ich nicht warum warum futtert der nicht hat der ein inventar ne auch nicht wie wie kann ich den denn füttern Freunde wie kann ich ihn denn füttern dass er wieder zu kräften kommt okay ah okay alles klar das ist das ist kraft jetzt ist halt die frage wenn ich ihm davon noch was gebe macht er nicht so macht er auch nicht okay das heißt er braucht wirklich nur eins von diesen dingern ähm okay das wäre dann wahrscheinlich ausdauer ne spike fruit das ist dann wahrscheinlich die ausdauer und das hier ist nix weiter als dann eben zu schwimmen okay ich glaube das wäre es dann haben wir zumindest schon mal jetzt die möglichkeit zu fliegen sehr cool sehr 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 cool und du bleibst bitte bei mir ich hab doch bestimmt irgendwo noch einen name tag da kannst du sagen ich hab irgendwo noch einen name tag dass ich ihn einfach benennen kann dass jeder weiß dass er rumpelstilzchen heißt ja oh castcrafter feiert eine party und lädt keinen dazu ein hallo stirbst du mal danke ist auch frech ne macht eine party alter und lädt keinen ein hier oh hier riecht die Leute alter voll die Gäste hallo es tut mir leid Heiko ich muss mal kurz seinen Fußboden dekorieren au von wo denn ach da hi kommen sie rennen sie sterben sie haben sie Spaß schön partygäste sind gut gelaunt ich hab mal deine Gäste unterhalten Heiko du kümmerst dich ja nicht rum lädst du hier Leute ein alter ohne Witz das kann doch nicht wahr sein schlechter Gastgeber schlechter Gastgeber ach hi du bist ja auch da ich finde die die brennende Textur von der Spinne so cool so unfassbar geil muss ich echt sagen so pass auf dann haben wir nämlich jetzt hier eigentlich erstmal so ein paar Level wieder gesammelt finde ich auch okay dann würde ich vorschlagen dann würde ich vorschlagen wir machen für heute eine Folgenpause überlegen uns wie wir tatsächlich in irgendeinem der Livestreams tatsächlich den Drachen befreien erledigen achso warte ich wollte doch eigentlich nochmal nach dem Name-Tag gucken irgendwie so was das wäre natürlich nochmal richtig gut wenn wir den Drachen auch nicht weil dann habe ich das ja auch mal gemacht weißt du nicht immer nur andere ich auch aber hier ist echt kein Name-Tag drin ich war echter Meinung ich hatte irgendwo irgendwie ich wollte doch gerade sagen ich wollte es doch gerade sagen aber so das heißt dich nehmen wir nochmal mit dann haben wir ein bisschen Asen jetzt ist die große Frage hat irgendeiner zufälligerweise schon fertig ich kann mir vorstellen ich kann mir bestimmt vorstellen dass der da drüben schon ein Ambossanwalt hast du einen Amboss hallo klopf klopf ich weiß man geht nicht einfach so in fremde Gebäude Grundstücke rein aber ich bin Lagerfeuer aber ich bin äh untröstlich weil aufgrund dieser ganzen Monsterchen und so die hier spawnen ähm Leute geht mal zum Arzt wenn ihr Atemprobleme habt so danke hat er schon hier was gemacht in Sachen ne hat er nicht schade weil eigentlich ist er dafür bekannt der gute Spark dass er hier schon so viel Technik drin hat aber offensichtlich wohl immer nicht die Frage ist echt wer hat denn ein Amboss schon zur Verfügung hallo ha siehst du weil ich wusste doch irgendeiner von den Banausen hat sowas so Poppies Schock Schock so Poppies Schock Schock den nennen wir einfach mal so damit jeder weiß meins so dieses Ding hänge ich jetzt hier nicht an der Tür weil das wäre nämlich doof dieses Ding hängen wir jetzt einfach mal dem Schokobo um und dann haben wir nämlich einen Schokobo mit unserem Namen damit wirklich jeder weiß das ist unser dann kann nämlich keiner sagen nee den habe ich gefunden oder so weißt du wobei nächster hängt ein Namecheck drum auch wieder weg aber au wo denn och alter was machst du hier in meiner Behausung du hast sowohl nicht mehr alle ohne Witz da rennt er hier einfach in meiner Hütte rum der hat keine Einladung komm mal her Poppies Schock Schock weißt du Bescheid ne so heißt er Poppies Schock Schock okay alles klar dann würde ich sagen wir machen eine Pause wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Fall wenn ich da praktisch gefallen halt letzte Bewertung da ansonsten auch gerne ein Abo und wir sehen uns dann vielleicht nachher im Stream oder im nächsten Video was nachher noch kommt ich glaube 16 Uhr ist das nächste danke fürs Zuschauen euch noch einen schönen Samstag bis dahin Tschüssing 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 schau 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 weschau